hallo und was mich das gerade gelehrt hat ich muss definitiv auch noch längere sterblichkeiten holen was hatte ich glaube ich jetzt schon mal gesagt und das dann wieder vergessen und es gibt eine theorie wann diese dinge hier kaputt gehen von einem der zuschauer gehen kaputt wenn sie auf schrägen auftreffen mit ihren stacheln konnte ich jetzt aber gar nicht so wirklich beobachten also ich hätte eher angenommen dass damit gemeint war dass wenn die stacheln gegen sowas hier gegen springen hier oben an der ecke also wenn sie mit ihren stacheln an so eine ecke kommen dann wissen sie nicht wo sie abprallen sollen weil es halt genau zwei grad sind und dann macht das programm error und die sterben hauptsache sie sterben wir kriegen lebensmonte hallo vier schläge so nicht mal jung oder doch böser wie böse wo wie so triffst du mich nicht so schluss mich nicht kann nämlich ganz weit weglaufen ich bin ein held bin super weglaufen komm 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 sehr schön 36.000 gold wir kommen richtigegem книgefrei also nicht richtig gut aber wir kommen voran ein schlag zwei schlag ausweichung einzige haken den ich so sehe ist mit den lebenspunkten werden zwischen so viele lebenspunkte dass selbst mit kompletter vampire ausrüstung die lebenspunkte einfach nicht schnell genug zurückbekommen können wir das irgendwie noch beeinflussen wenn der sterne weiß schnee bell stacheln und ja ich denke das können wir nicht beeinflussen mehr lebenspunkte geht nur die ausrüstung durch die ruhen das haben wir schon das beste mehr lebenspunkte bringt nur dass wir wirklich mehr auf hühnchen setzen müssen und das hühnchen mehr bringen haben wir auch schon auf max gesetzt also das wird irgendwann nicht mehr gehen außer werden gar nicht getroffen und das ist halt spieler können das ist begrenzt also je nach mensch begrenzt sehr schön 171 lebenspunkte das ist schon schick müsste ausrüstung geben dass die hühnchen drop chance erhöht vielleicht dieses angst vor hühnchen haben dass dadurch mehr hühnchen kommen wäre mir bisher so nicht aufgefallen aber wäre eine idee ich hatte ja eh schon immer den verdacht dass man immer das hat also dieses angst vor hühnchen dass die hühnchen dann mehr lebenspunkte bekommen erbringen wobei das kann einfach nur zufall gewesen sein weil wir zu dem zeitpunkt gerade ein barbar gespielt haben müssen wir darauf achten aber das kommt recht selten hallo fackelmann das ist aber gar nicht mal so schlecht dass das ausweichen aber nach 115 folgen oder was dürfen wir so langsam erwarten dass ich einigermaßen ausweichen kann eigentlich wo ich mal mit das hier jetzt muss auch sehr frustrierend für euch sein magier bemüht ihr euch ab spricht zauber sprüche von größter dimension dann kommt ein bau und schreit einfach nur rum und pupst und springt in stapeln raum fertig nein oben das verbindungsstück vielleicht noch ok gold gold schon hühnchen wer wieder hier na gut dann machen wir kurz den raum hier links und runter und hier ist gar nichts drin außer einem kronleuchter ja in hölle geht es unten weiter erstes level geht oben rechts weiter ich mache das erste level zu ende das ist ja immer noch so unser plan alle etagen abgasen ohne dingens ohne level runter ruhen hatten wir es eigentlich schon auf new game plus plus einmal geschafft ich glaube schon mit einem paladin das geht ja fast sehr schön also doppelsprung sauber kommt ein hühnchen jungs hier gibt es ab kisten anderes tolles zeug und ihr trifft mich nicht oder doch ich habe ganz viel marmer ganz gar nichts aber so triffst du mich überhaupt nicht und der trifft sehr schön gib mir anderes kraft sage chest plate das ist die ausrüstung die mir gold bringt richtig sie hat theoretisch können wir ein spiel spielung die spielen mit einer level runter ruhen ganz viel sage equipment und dann ist war aber ich denke mal selbst dann kriegen wir nicht so viel gold als wenn charakter spielen würden die auch alle gegner umbringt weil wir sehen können pro gegner kriege ich hier 500 600 gold münzen ich mag die zombies nicht die man nicht zurückschubsen kann glatt unfair und ja das ist natürlich auch was wir machen aber das ist was anders wir sind helden wir dürfen unfair sein wald sind wir jetzt erste etage fast durch ich sehe noch zwei abzweigungen aber ja ich bezweifle eh dass wir mit dem charakter alles schaffen also können wir auch ruhig was überspringen und das wird so ein unsichtbarer magier genau da hinten oben in der du warst eben unsichtbar so oh du kannst ja durch boah durch dinge durchschießen die großen flammen das hatte ich gar nicht so auf dem plan hallo pferd da ist ein drehpunkt ding nee guck mal ding spannung ding hey du kannst du hier aber den kurs wechseln oh sniper sniper die sich selbst abschießen indem sie auf die decke zielen meine taktik äh nichts ja und man kommt rein und kriegt lebenspunkte und dich müsste ich jetzt so töten oder so komm dich kriegen wir auch noch nimm 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 schön dass alles hier vorne ich mag den raum also ja er hat viele stacheln aber irgendwie bringt sich hier alles selber um oh ganz viele blobosaurus rexex das wird in die hose gehen so jetzt kommt ihr alles schön einzeln hier hey nicht direkt ins gesicht springen was das denn so oh da kam eine riesige eisen kugel auf mich zu geflogen ich habe einfach gegengeschlagen du darfst hier auch nicht sein das sieht teilweise richtig gut aus und dann kommt wieder irgendein dover fehler haben wir jetzt mehr oder weniger lebenspunkte als vorher ich glaube ein ticken mehr ich sollte mal gucken wie viel schaden ich nehme wenn ich getroffen habe 41 41 warum steht da 41 20 so er kriegt er kriegt 20 schaden ich sollte mal lieber auf die lebenspunkte anzeige und nicht auf die zahlen die rumschweben oder klappt das wäre besser ja und übrigens diese tagebuch einträge da mache ich nicht absichtlich auf da steuere ich immer nur falsch hallo cheat magier genau ihr hier dreht euch immer so 3d und dann kann ich euch nicht treffen oh was ich fühle mich dezent in die ecke gedrängt oh kaputt kaputt 60.000 50 prozent leben oh komm so erster kaputt ähm au der zweite kaputt und die bringe ich jetzt einfach so rum also durchschaffen wir es nicht aber wir sind auf einem guten weg würde ich sagen mit dem barbar und wahrscheinlich auch mit dem paladin der würde dezent mehr schaden machen aber trotzdem werden wir grinden ohne ende bis wir auch mit den anderen klassen spielen können weil new game plus 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 wird die hölle das sehe ich jetzt schon kommen überall hier drei gegner selbst mit runter level ruhen und doppelt so viel schaden oder keine ahnung wie das gelegt wird aber es könnte gut angehen gut gut oh kann schon also lebenspunkt 236 haben wir jetzt 252 haben wir jetzt jetzt muss ich nur immer wieder auf die lebenspunkt anzeigen gucken weil die sich verändert und dann nicht absichtlich getroffen werden und in dem moment wo man dann unabsichtig getroffen wird dann gucken wie sich die lebenspunkte verändern das ist nicht schön 316 oh jetzt kommt ne so jetzt ne oh es ist schwer kommen zu sehen wann man getroffen wird wenn man versucht ihm auszuweichen komm mal hoch schön lebenspunkte komm blöse ausrex was verkriegst du dich da unten genau mach mal feuer aus und spring hier hoch spring hier hoch ich glaub der ist da geparkt oh 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 sehr schön zwei Münzen hole ich mir später oh 42 also sind es wirklich 42 schaden die wir bekommen und nur 21 der gegner bekommt das ist echt nicht viel obwohl wir jetzt wieviel Slayer Sachen haben wir an nur die arme ne ja ok das kannst du erklären oh komische Pusteblume oh Globosaurus hier kommst du nicht durch oh Künkchen oh aber wenn wir 42 HP abgezogen bekommen wenn wir getroffen werden 41 äh und wir kriegen 16 pro Gegner dann müssten wir doch nur 3 3 Gegner töten um einen Treffer auszugleichen das geht eigentlich also sollten wir doch das Blutzeug nicht so schnell abschieben äh äh alle Jungs oh nichts nichts ah ups so du bist ein Wagenflorgen hast du alles ein Wagenflorgen hört sich ein bisschen nach Ikea an äh so da ist eine Kiste da ist eine Kiste bei das ist eine Kiste das ist eine Kiste Dämpfer